Das neue Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist erschienen und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr Elemente davon in eurem nächsten Dungeon umsetzen könnt. Wir reden in diesem Video aber nicht nur darüber, wie wir Elemente davon herübertransportieren können, sondern wir werden uns auch angucken, welche Konzepte nicht so gut für Pen & Paper und Tabletop-Rollenspiele auf dem Tisch in Dungeons funktionieren. Beginnen wir mit der Analyse der Struktur von Zelda Dungeons. Typische Elemente oder Merkmale sind Dungeon-Thema, Layout und Schlüssel, Rätsel und Interaktionen, besondere Gegenstände, Minibosse und Endbosse. Diese Elemente sind häufig so aufgebaut, dass sie durch eine Reihe an Räumen führen. In denen tritt man dann auf verschiedene Herausforderungen. Ob lineare oder nicht lineare Struktur, in Zelda Dungeons findet man häufig Belohnungen, Schätze, Überraschungen, Geheimnisse und Abenteuer. Anstatt, dass wir einzelnen Rätseln begegnen, sind Zelda Dungeons in sich ein großes Rätsel. Zelda Dungeons sind für ihre vielfältigen Themen und für ihre Atmosphäre bekannt. Der Waldtempel und der Geistertempel aus Ocarina of Time sind hier meiner Meinung nach die ikonischsten und bedeutendsten Beispiele dafür. Jedes Mal, wenn ich die Einstiegsklänge dieser Musik in den Dungeons höre, fühle ich mich zurückkatapultiert in meine Kindheit und es zieht mich sofort in den Dungeon. Man bekommt geradezu Gänsehaut. Die Musik- und Soundeffekte sorgen stets dafür, eine komplette Immersion zu schaffen. Auch die Rätsel und Bosse sind häufig auf das Thema des Dungeons abgestimmt. Dieses Konzept können wir relativ leicht für uns umsetzen. In einem meiner ersten Videos über Dungeons habe ich dieses Thema etwas ausführlicher schon behandelt. Grob heruntergebrochen nehmen wir uns ein einziges Wort zu einem Konzept und immer wenn wir nicht weiterkommen, kommen wir auf dieses Wort wieder zurück. So etwas wie Tod, Wald, Feuer, Geist, Nebel etc. Der YouTube-Kanal GameMakersToolkit hat in seiner Serie Boss Keys bereits einer Menge zu Layouts von Zelda Dungeons beigetragen. Die Kernidee von Zelda Dungeons ist es häufig, dass es einen zentralen Raum gibt. Diesen kann man dann durch das Lösen von verschiedenen Rätseln in verschiedenen weiteren Räumen immer weiter freischalten. Entweder muss man eine große Tür mit einem Mechanismus öffnen oder man muss den Weg zum Endgegner herstellen oder einen besonderen Gegenstand anwenden. Meistens gibt es in diesem zentralen Raum eine Mechanik, die man zu Beginn noch nicht verwenden kann, die aber im Laufe des Dungeons essentiell wird und die man nacheinander bearbeiten kann. Das erzeugt wiederum das Gefühl, irgendwie voranzukommen. Außerdem baut es Spannung auf, weil wir mit jedem Fortschritt unserem Ziel näher kommen und wissen wollen, was hinter der finalen Tür eigentlich sich befindet. Gleichzeitig schaffen diese Layouts aber ein Gefühl von Offenheit und Exploration. Es gibt so gesehen also auch kein Railroading, trotz der Schlüssel, die hin und wieder uns dazu zwingen, einige Räume in einer Reihenfolge abzuarbeiten. Aber was für das Videospiel gut funktioniert, muss nicht unbedingt gut für unsere Spieltische sein. Der Gruppe zum Beispiel immer wieder das Gefühl zu geben, in einem Raum nicht weiterkommen zu können, kann sehr ermüdend sein. Gleiches gilt für die Wahrnehmung, irgendwo falsch abgebogen zu sein oder erst einen anderen Raum machen zu müssen, bevor man einen anderen Raum betreten kann. Das kann schnell zu Frust oder dem Gefühl von Railroading führen. Außerdem wollen wir es in unseren Dungeons eigentlich vermeiden, Sackgassen zu schaffen. Das heißt also, wir können uns als Konzept zu Nutzen machen, dass wir ohnehin nur mit Räumen arbeiten, die irgendeine Funktion erfüllen. Also eine Mechanik beinhalten, ein Monster, einen Schatz, einen Gegenstand etc. Eine abgewandelte Möglichkeit davon bietet die Verwendung von sogenannten modularen Dungeonräumen. Dazu gehört etwas mehr Fingerspitzengefühl auf Seiten der Spielleitungen. Um dieses Sackgassenfeeling zu vermeiden, denken wir also nicht in der Form, dass man zuerst den Raum im Norden und dann den Raum im Süden betreten und lösen muss. Sondern hinter unserem Sichtschirm verschieben wir die Räume an die Stellen, die sie vor dem Hintergrund des Pacings benötigen und wo sie gebraucht werden. Also wir wissen, dass egal ob die Gruppe nach Norden oder nach Süden geht, sie werden auf jeden Fall den Raum betreten, der sie in irgendeiner Form weiterbringt. Eine Illusion der Exploration und Entscheidung quasi. Eine weitere Möglichkeit dafür stellen die kleinen Schlüssel dar. Diese findet man in Zelda Dungeons ja eigentlich zuhauf und schließen immer verschiedene Bereiche frei. Aber es ist für Rollenspieler am Tisch schwierig, dieses Konzept vorzuführen. Soll der Schlüssel nach Verwendung einfach verschwinden oder kaputt gehen? Sie sollen gleichzeitig allgemein genug gestaltet sein, um jeden Raum hier in diesem Dungeon zu öffnen, aber spezifisch genug, um nur die Räume in diesem Dungeon öffnen zu können? Das Konzept des Schlüssels kann auch einfach nur metaphorisch gemeint sein. Vielleicht braucht man auch nur ein Wort, die Betätigung einer Mechanik, eines Hebels, einen anderen Gegenstand, einen speziellen Zauber auf einer Schriftrolle. Eine Person, um weiterzukommen. Vielleicht findet man Schmuckstücke, farblich markierte Edelsteine, die irgendwo eingesetzt werden können. Vielleicht findet man Statuen, die dann lebendig werden. Es könnte spezielle Münzen geben, die in bestimmte Vorrichtungen passen. Flaschen oder Tränke, die man in Gang setzen muss oder auffangen muss. Überhaupt kann man mit Flüssigkeiten arbeiten. Vielleicht muss man eine Art Wächter besiegen als Zugang zu einem bestimmten anderen Raum. Denkt auch an Zufallsbegegnungen. Zelda Dungeons sind voller Interaktion und Rätsel. Am deutlichsten haben uns das die Schreine aus Breath of the Wild gezeigt. Aber Blöcke schieben oder heben, Einzelteile zusammensuchen und sie dann in eine Tür einsetzen, Räume hinter Schlösser verstecken oder andere klassische Zelda-Rätsel lassen sich nicht so gut auf den Tisch übersetzen. Glaubt mir, ich habe das schon gemacht. Wer kennt es denn nicht? Die Gruppe akzeptiert zum Beispiel nicht, dass ein bestimmter Weg versperrt ist oder dass sie nicht weiterkommen. Anstatt also nach der Lösung des Raumes zu suchen, was wir uns ausgedacht haben, versuchen sie es mit anderen Mitteln. Sie fliegen über Flüsse und Abgründe, teleportieren sich und lassen eine Leiter oder ein Seil herab für ihre Gruppenmitglieder. Sie brennen Holztüren ab oder schlagen sie mit Äxten ein. Oder sie sprengen versperrte Wege einfach auf andere Art und Weise in die Luft, anstatt den Schlüssel zu suchen oder die Lösung zu finden. Schwierig können weiterhin bestimmte Rätsel sein, bei denen es darauf ankommt, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten und zum Beispiel eine Kugel oder so von einer Ebene in die darunterliegende Ebene zu bringen. 2D-Karten am Tisch und Imagination ist unter Umständen nicht gut genug dafür, das zu repräsentieren. Man hat ja häufig schon Probleme damit, die Dungeon-Karte anzufertigen. Ich habe dazu bereits ein Video gemacht. Außerdem könnte es schwierig sein, den Spielfluss aufrechtzuhalten, wenn die Gruppe die ganze Zeit an einem Rätsel hockt. Dennoch können wir Rätsel aus Zelda nehmen und sie für unsere Dungeons benutzen. Erstmal natürlich in Form von Inspiration. Außerdem können wir es versuchen anzupassen. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass der Dungeon selbst das Rätsel ist. In der simpelsten Form bedeutet das zum Beispiel, dass eine Hebelmechanik in einem einen Raum umgelegt wird, um dort weiterzukommen. Ein Aufzug wird aktiviert, ein Fluss wird umgeleitet. Dadurch wird vielleicht eine weitere Mechanik ausgelöst. Wie wäre es denn mit einem Dungeon, der die Gruppe zwischendurch durch die Zeit befördert? Dort könnten sie die Lösung für ein Zwischenrätsel finden. Oder ein Raum ist als schattenreich getarnt und die Verwendung eines Edelsteins sorgt dafür, dass man in die Gegenwart kommt. Was ist mit antimagischen Feldern, die ausgeschaltet werden müssen? Oder Glyphen? Was eventuell noch besser funktionieren könnte, sind Räume, die mit Elementen arbeiten, wo es also zum Beispiel sehr, sehr heiß oder sehr, sehr kalt ist. Man könnte auch mit Gift arbeiten. Das heißt, die Gruppe braucht zum Beispiel ein spezielles Equipment, um hier weiterzukommen. Ein Zauber könnte es auch tun, den man in einem anderen Raum findet. Wir können auch vor dem eigentlichen Dungeon Hinweise streuen, dass die Dungeons, die die Gruppe betreten wird, anders funktionieren. Eventuell steckt ein besonderer Architekt dahinter, sodass die Gruppe bereits erwartet, auf bestimmte Rätsel zu treffen. Vielleicht findet die Gruppe auch ein Handout oder eine Karte, wo darauf hingewiesen wird. Oder wo eine Lösung vielleicht schon mal angedeutet wird. Magische Gegenstände sind ein wichtiges Element in Zelda-Dungeons. Meistens sind sie im Dungeon etwas Besonderes, aber auch häufiger mal sind sie außerhalb des Dungeons nutzlos. Ein Gegenbeispiel dafür ist der Enterhaken. Mit dem kommt man auch außerhalb des Wassertempels an unerreichbare Stellen. Wir haben in D&D oder auch in anderen Fantasy-Settings durchaus das Potenzial, verschiedene magische Gegenstände dafür zu verwenden. Wir sollten natürlich darauf achten, dass diese Gegenstände nicht zu mächtig sind. Es kann verführerisch sein, der Gruppe eine Bombentasche in die Hand zu drücken, damit sie eine Wand freisprengen können. Das fällt uns aber spätestens dann auf die Füße, wenn die gleichen Bomben im Kampf eingesetzt werden und die Argumentation geführt wird, dass jede einzelne Bombe ein Feuerball an Schaden bedeutet. Wir können hier mit Aufladungen arbeiten, um die Verwendung von Gegenständen zu reduzieren. Innerhalb des Dungeons funktioniert das Aufladen beispielsweise automatisch, aber außerhalb eben nicht. Das heißt, die Gruppe oder die Person, die den Gegenstand führt, muss immer zu diesem Dungeon zurückkommen, um hier den Gegenstand aufzuladen. Ein Beispiel wäre ein Handschuh, der magische Türen öffnet oder Steine bewegen kann. Vielleicht funktioniert ein Gegenstand außerhalb des Dungeons auch nur abgeschwächt. Man könnte auch mit verfluchten Gegenständen arbeiten, die ihre Persönlichkeit erst dann entfalten, wenn sie aus einem entsprechenden Dungeon herausgetragen werden. Manchmal ist auch der Endboss durch einen bestimmten magischen Gegenstand besonders verwundbar. Das ist gar nicht so schwer anzupassen. Diese Gegenstände findet man häufig als Belohnung nach einem Miniboss und nicht selten sind sie auch essentiell für das Besiegen des Endbosses. Wir können unsere Bosse am Tisch an einer Stelle besonders verwundbar gegenüber dem Gegenstand gestalten oder innerhalb der Bosskammer muss mit dem Gegenstand interagiert werden. Vielleicht ist der Bossraum selbst ein Rätsel und der Gegenstand der gesuchte Schlüssel. Wir können auch andere Aspekte aus Zelda Dungeons übernehmen, zum Beispiel verschiedene Phasen innerhalb des Kampfes oder die thematische Verbindung zum Dungeon. Dieses Thema ist für sich so umfangreich, dass ich bereits ein eigenes Video zum Thema Bosskämpfe erstellt habe. Das zieht in vielen Teilen schon Inspiration aus Zelda. Zuletzt möchte ich noch einen weiteren Aspekt ansprechen, nämlich die Anwendung von Horrorelementen in Zelda Dungeons. Obwohl die Zelda-Reihe allgemein als familienfreundlich gilt, wissen wir alle, dass es hier und da mal ganze Räume, Dungeons oder auch ganze Spiele gegeben hat, die davon ein bisschen abgewandelt waren. Looking at you, Majora's Mask. In Zelda Dungeons gibt es zum Beispiel oft düstere oder merkwürdige Hintergrundgeschichten. Diese können sehr, sehr leicht unserer Spielgruppe ein Gefühl von Unbehagen vermitteln. In den Abenteuern könnten wir diese Geschichten einbauen, indem man bestimmte Handouts findet oder die Hinterlassenschaften von Leuten, die vorher die Dungeons bewohnt haben. In manchen Zelda-Spielen treten auch unheimliche oder gespenstische Nichtspielercharaktere auf. Die Adaption solcher Nichtspielercharaktere kann auch hier innerhalb von Dungeons & Dragons oder in den Dungeons selbst dazu beitragen, Unbehagen zu erzeugen. Dungeons wie der Schattentempel aus Ocarina of Time haben sehr düstere und dichtere Atmosphären. Wir können also die Umgebung benutzen, um das Gefühl von Isolation und Angst voranzutreiben. Vielleicht ist die Gruppe auch unter der Erde gefangen und hat nur eine begrenzte Zeit, hier wieder herauszukommen. Vielleicht werden sie auch von einem Monster gejagt, was sie nicht sehen können oder nicht bekämpfen können. Ein magischer Gegenstand, den sie erst innerhalb des Dungeons finden, könnte sie dazu bringen, hier wieder herauszukommen und das Monster zu besiegen. Manchmal sind auch Rätsel oder Fallen in Zelda-Dungeons damit bestückt. Zum Beispiel können unsere Spielgruppen nur dann ein bestimmtes Rätsel lösen, wenn sie mit untoten Nichtspielercharakteren interagieren. Oder sie aktivieren eine Falle, die von den Schreien der Verstorbenen ausgelöst wird. Gerade der Gedanke, mit dem Bewusstsein eines uralten Geistes zu kommunizieren, um ein Zwischenrätsel zu lösen, kann sehr viel Unbehagen erzeugen. Zelda-Dungeons sind also eine großartige Inspirationsquelle für unsere Spiele am Tisch. Wir können verschiedene Atmosphären, Elemente und Aspekte benutzen, um unser Spiel am Tisch zu bereichern. Habt ihr noch weitere Ideen für die Adaption von Zelda-Dungeons für Dungeons & Dragons oder für andere Tabletop-Rollenspielsysteme im Fantasy-Setting? Vielleicht auch für andere Settings? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie man anhand eines Dungeon-Themas einen Zelda-Dungeon gestalten kann, habe ich hier ein weiteres Video für euch. Das war's von mir und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.